Peter und Sabine gehen heute in den Zirkus. Am Eingang kaufen sich beide ein Eis. Peter nimmt Schokolade und Zitrone, Sabine... Nimmt, da wusste ich nicht genau, ob die auch nimmt. Sabine, Vanille und Banane? Nimmt. Ruhe! Nimmt, war richtig. Hast du gehört? Vanille und... Banane. Dann beginnt endlich die Vorstellung. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Am Anfang treten drei große Elefanten auf. Sie machen tolle Kunststücke. Dann kommt Beppo, der lustige Clown. Er schneidet Grimassen und jongliert mit fünf Bällen. Jetzt kommt... ... ... ... ...